Jetzt gehts los, ja. Jetzt sterben wir. Vier Mann. Granatwerfer. Bumm. Liegt man nebeneinander. Geil. Ne, das muss jetzt was werden. Ich will das noch machen. Wutz noch machen. Und vielleicht machen wir noch ein paar auf Streets. Wir haben einen schönen Sporn eigentlich. Wer hat einen Scope? Ich hab einen Scope. Schön Sporn. Das hast du jede Runde gesagt. Aber wir können ja hier runterrennen ins Tor. Und uns da hinten anschleichen, wie du's gesagt hast. Ja. Von links geht gut. Wenn der MG mal weg ist. Na, da kümmert sich John drum. Ja. Ja eben. Wir müssen plus erst noch rüberkommen wieder. Mhm. Jägerbrief? Ja. John brauchst den bestimmt da, oder? Ja, ich brauch den auch. Ja, ist. Warte mal. Na ja, ihr müsst jetzt zurücklaufen. Warte. John, wo bist du? Ich bin hier vorne mit dem Schneider. Ja, komm mit. Ja, ich geh mit John. Ihr kümmert euch um unseren Rücken. Passt auf, dass keiner von der Straße runtergerannt kommt. Ah. Da rein? Ne, hier runter. Hier. Okay. Ah, okay, genau. Ja, 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 okay, okay. Hier an den... Du musst da jetzt irgendwo hängen, ne? Wenn... Was? Ich hab die mich schon doch nicht. Okay. Hätten wir das auch geklärt. Ja. Okay. Aber jetzt weiß ich schon mal, wo der ist, wenn ich ihn suchen muss. Da kommen sie, die Jungs. So, du sagst jetzt vor, ja? Bis vor. Ja, ja. Den Turm am Turm wegmachen, dann kann man am Turm rein. Okay, warte. Du musst die Zelte. Wir müssen aufpassen, aber auf der linken Seite saß ja irgendwo einer, ne? Ich geh mal durch diesen Durchgang, wo wir gestern standen. Da seh ich bisschen mehr. Okay. Da geh ich genau nicht durch mehr. Wie mach ich jetzt hier für mich? Da hat einer Backup. Hat einer die Straße? Ja. 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 Ich bin der letzte und pass hier auf. Ach, das ist John? Okay. Ich bin hier vorne am Stehen. Ja. Du musst kämpfen. Ich hol mir erstmal den Raider hier vorne raus, den Rogue. Mhm. Ich will den noch nicht. Den Rouge. Haha. Rouge. Das sind doch noch keine Roten. Den Roger. Haha. Roger. Haha. Das Fabage-Ei. Ist keiner von euch am Kriechen? Ja, ich. Ja, okay. Ich fühl mich grad nicht so wohl hier irgendwie. Ich auch nicht, aber was willst du machen? Also wie gesagt, den ersten hab ich hier weggehauen. Aber hier in den Turm ist keiner. Also in dem ersten hier vorne ist keiner. In dem zweiten Turm hab ich den getötet. Aber da ist noch einer weggerannt. Den konnte ich nicht verfolgen. Da kommt der auch. Ja, deswegen. Ich warte, dass der kommt. Dann hau ich den auch noch weg. Und dann haben wir eigentlich... Dann tun wir vor. Und durch die Zelte rennen. Den ersten Durchbruch durch. Und dann in der Halle. Richtig. Und das Dach, das MG auf dem Dach, müssen wir auch im Auge behalten. Ja. Okay, ich geh weiter vor. Hier kann man ruhig nicht reingehen, oder was? Doch. Wenn hier ist kacke. Warum ist hier kacke? Wow! Was? Ich bin tot. Nein! Doch was? Ja. Das werd ich jetzt sehen. Spieler? Nee. Raider. Äh, Rogue. Und wo? Der steht dann direkt an der Ecke von da... Ähm, ich guck jetzt mit dem Film, sag ich's denn genau. Wenn du dahin, wo ich hinlaufe, genau an der Ecke hinter dem Container so gesehen steht der. Also so direkt. Da geh ich jetzt ja durch den Scheiß-Container durch. Ja, besser ist das, glaub ich. Wär ich auch mal lieber da durchspickern. Ja, dann ist wieder dieses blöde MG, Alter. Auf der rechten Seite das da. Ja. Und ich seh's nicht. Hat einer... Was macht ihr? Da läuft ein Spieler vornherein. Das hat erstmal nicht auf mich geschossen bis jetzt. Was ist das? Jetzt rennt. Was ist das? Warte, der Spieler ist hier links. Das ist der Spieler. Das war der Spieler hier vorne an der Ecke. Das ist ja noch. Aber das klang als wäre Errush noch da vorne irgendwo. Errush. 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 Das ist doch nicht, Junge. Mein Wesen. Eben die noch, oder was? Ja, und ich war auf seinem fetten Schädel eigentlich drauf. Gibt's noch nicht. Krieg ein paar Heats mit BS-Munition und läuft einfach als wär's nichts. Stefan, hast du geschossen? Ja, ja. Der ist hier am Turm. Wer? Der Spieler? Ja, ja. Playi, komm, wir machen jetzt los. Ich nehme Pan-Killer und dann Getränke werden schon weniger. Ja. Einfach durch die Zelte rennen. Links raus. Durch. In der Halle. Also rechts vorbei. Und hoch. Was willst du machen? Ja. Jetzt ist sie weit. Der ist nach der Brenngranate, ist er weggelaufen. Wohin, weiß ich nicht. Und der ist in Scope, der hockt auch noch da. Was ist auf uns? Ja, ja. Hier ist noch was. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. auf den letzten Turm, auf den großen Turm, wo der Ruck drauf sitzt. Genau dahinter. Und der sitzt aber da irgendwo bei den roten Containern. Wo genau, weiß ich eben nicht. Und du bist nicht mal bei uns oder schießt, knallst du uns hoffentlich nicht ab. Ihr seid ja noch weit bei dem Zelten, oder? Komm. Komm mal. Da knallst du was, oder? Ja. Wo, 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 wo. Ja, ja. Hallo? Wer ist draußen? Ich bin tot. Die sind zu zweit, Alter. Die lauern da und hocken da. Der macht die ganze Zeit Geräusche. Ich seh's nicht. Mann, ich bin im Aim. Ich muss absetzen. Ja. Der spielt den Kettre. Boah. Da vorne sind wir, mein Freund. Genau da hocken sie, wo du hinnimmst. Mhm. Fress'n erst mal. Ja. Ja. Ihr tut es mal. Mhm. Hoffentlich. 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 Woher fliegt sich? Wir müssen den umbringen jetzt, oder? Das war's. 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 Nein. Das war's.